und herzlich willkommen und heute geht's ab in den wettbewerb so find sich das spiel und das finde ich mal gespannt was hier so abgeht das sind bestimmt nur die übelsten bros drin die es mir so richtig besorgen oder auch nicht aha da wird man automatisch zugeteilt werden das hier sieht schwer nach russisch aus aber er heißt ich schaue jetzt einfach noch und zwar ich habe hier einmal den einmal den so pyro hm ja leite statistiken vollgeschwindigkeit kann ich im techbaum noch was machen ja ich habe aber nicht so viel coole schließfach avatar la 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 ja ich bin ready ich kann losgehen so ich glaube das war nicht für mich weil ich glaube ich wähle die teams nicht ne so dann geht's los der erste wettbewerb ich hoffe ich schlag mich gut geladen ok vernüchterung so wissen grün was ist das upgrade station heiler jetzt winger upgrade complete und was macht das jetzt ich habe keine ahnung ich weiß nicht so wir helfen aber dann mal auf der rechten flanke hier und wir haben gebraucht heiler die wunderschöne das das steht aber kein das das was was das Der hat einen Hammer, der hat einen Hammer. Nein, 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 das darf auf gar keinen Fall passieren. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, du kannst mir nicht entfliehen. Mh, so, lauf. Komm, Baby, Baby. Lauf, lauf. Du hast den Hammer erfolgreich getötet. Du hast einen Konfliktpunkt verloren. Ja, komm komm komm. Fuck. Ah, fuck. Klar. Go, 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 go. Da muss noch was gehen, Jungs. Ich weiß nicht, was das hier genau bringt. So, haben sie, ja. Das hier ist unser... Mein, 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 mein. Okay. Schnell zum Elikid. Du hast den Hammer genommen. Du hast den Hammer genommen. Du hast den Hammer genommen. Das Gegenteil hat den Hammer genommen. Move, move, move. Was ist das hier eigentlich? Uh. Cool. Kontrollpunkt. Captured. Eine Beamstation. Das ist ja praktisch. Oh, da kommt gleich jemand. Neue Kontrollpunkt. Aktiviert. Bäm. Nein. Aber ich kriege Versteigerung. Sehr schön. Jungs, halt das. Halt das. Okay, die sind jetzt aus. Von Punkten liegen wir gerade vorne, wa? Ja. Sie stoppen so, muss ich zu merken. Komm schon, komm schon, komm schon. Go, 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 go. Es läuft grundsätzlich schon mal nicht so schlecht. Also, das Team ist nicht absolut mitzerabel oder so. Dein Team hat den Hammer genommen. Dein Team hat den Hammer genommen genommen. Dein Team hat den Hammer genommen genommen. Bäm. So geht das mein Freund. So. Töte ihn. Töte ihn. Wieso sind wir denn noch zu dritt? Es geht mir so oft die Nüsse. Wenn sich die Leute verpissen. Dann schaue ich jetzt mal da drüber. So, dann schaue ich jetzt mal darüber. So. So. Bäm. Hehehehe. Wo ist denn der Pisser? Oha. Eigentlich wollte ich schauen wo der ist. aber warum sieht die station eigentlich manchmal aus ich hole jetzt auch den hammer aller du kannst du jetzt mal sonst was ja ich weiß und das gefällt mir so los los durch die mitte die in die in die in die in die in die in die mitte Ist jetzt nicht wahr, oder? Na dann jetzt aber laufen. Jetzt heißt es laufen. Ich brauche den Kontrollpunkt hier. Das war klar. Warum geht der eigentlich nicht runter? Hallo? Äh... Äh... Ja. Der war am Tötungsrausch. Ich dachte mir sogar, wieso macht er mich mit einem Ding fertig? Aufwand. Okay, geh mal, geh mal, geh mal. Neue Kontrollpunkt aktiviert. Ach... Ja, ich auch gleich. Komm schon. Wir haben noch keine Zeit. Wo ist denn... Achso... Du hast den Hammer genommen. Schalalalalala... Lalalalalala... Wir haben hier schon folgt. Sehr schön. Bring ihn zurück. Ja... 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 Ich möchte gerne wissen, wieso das hier nicht runter geht. Ja... 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 Aber willst du mich eigentlich verarschen? Aber was? Nein... Ja... Ele spaß. Ong.... Das sieht aktuell nicht gut für uns aus. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber trotzdem, Alter, die sind absolut übel. Warte mal, ich versuche jetzt mal was. Okay, das scheint... das ist ja gar nicht mal so schlecht. Von da oben, Deffen. Baaam. Willst du mich verarschen oder was? 22? Es ist lächerlich, was hier abgeht gerade. Wie willst du an den herankommen? Ach so, der allem... Der Mann hat den Hammer kaputtiert. Der Mann hat den Hammer kaputtiert. Komm, Lauf, 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 Lauf. Ja, das war klar. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Umgedreht und Baaam. Mitten in die Fresse rein. So, die werden jetzt wahrscheinlich nicht... So, die werden jetzt wahrscheinlich... So. 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 So, giggle! Ha ha ha! Natürlich! Wie darf der eigentlich hier rein? Aha. Ahhhh. Seifts. Ich würde sagen, das war es dann gleich. Immerhin mein erstes Match, aber leider verloren. Oder? Oder? Oder wie... Was haben die für Waffen, Alter? Ich glaube, ich sollte mich mit den Waffen noch mal ein bisschen auseinander setzen, oder so? Weil irgendwie... Die sind alle so krass. Bäm! 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 Ha ha ha! Es tut aber leid, dass ihr uns... ...zuschauen musstet, aber... Es war mal cool. Und ich habe so viele Punkte wie Sandman. Naja, ein bisschen weniger. So. Gibt es irgendwas als Belohnung, oder was passiert jetzt? Na... Passiert an sich nicht wirklich viel. Sonst sage ich mal... So einen schönen Tag. Ich erhole mich mal und... Schau mal mir das mit den Waffen noch mal an. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder. Tschü tschü! Tschü tschü!